Karton wird aus Holz gewonnen und Holz wächst wieder nach, durch richtiges Recyceln wird aus Karton. Karton wird aus Holz gewonnen und Holz wächst wieder nach, durch richtiges Recyceln wird aus Karton. Karton wird aus Holz gewonnen und Holz wächst wieder nach, durch richtiges Recyceln wird aus Karton. Karton wird aus Holz gewonnen und Holz wächst wieder nach, durch richtiges Recyceln wird aus Karton. Karton wird aus Holz gewonnen und Holz wächst wieder nach, durch richtiges Recyceln wird aus Karton. Karton wird aus Holz gewonnen und Holz wächst wieder nach, durch richtiges Recyceln wird aus Karton.